Norddeutscher Rundfunk 2021 Grosse Ziele erreicht man nicht allein. Wer Berge versetzen will, muss zusammenhalten. Was gestern noch unmöglich war, ist heute bereits Wirklichkeit. Was heute noch in eine Sterne steht, wird morgen schon Geschichte sein. Volle Bereitschaft, Fokus, Zuversicht. Das bleibt immer gleich. Denn es geht um mehr als nur die Zeit. Die Hoffnungen einer Nation. Der Traubel, der Blick, die Gänsehüt. Grosse Ziele erreicht man nicht allein. Wer Berge versetzen will, muss Vertrauen können.